Hi und willkommen wieder bei Sarah's Music. Es gibt hier kein Opernhaus, kein Konzertsaal und kein Musiker zu sehen. Wir sind am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen in der Abteilung für Magnetresonanz-Tomografie. Ich kann mir ganze Sinfonien merken, aber das war mir wirklich zu schwer. Die Sendung heute geht um Musik und Wissenschaft, ein riesiges Thema, eigentlich zu viel für eine zwölfminütige Sendung, aber wir geben uns das Bestes. Wir Musiker werden häufig mit Sportlern verglichen, denn wir trainieren auch unsere Muskeln täglich, wenn wir unsere Instrumente spielen. Ein Musiker muss im Durchschnitt 10.000 Stunden üben, bevor er es zum Profi schafft. Das ist viel Training und deshalb ist es gut zu wissen, wie unsere Muskeln funktionieren. Im Institut treffe ich Irwin Schoenderwald, ein Wissenschaftler, der mit einer besonderen Technik die Bewegungsabläufe von Musikern untersucht. Motion Capture ist für die FIFA-Socke-Games und in der Film Lord of the Rings, für Gollum, aber Sie haben es benutzt, wie wir sehen in diesem Video haben. Was hat es gezeigt, was hat es Ihnen gezeigt? Das ist ein guter Technik, natürlich. Sie können sehr detailed Bewegungen für das. Und natürlich, für Violin zu spielen, es geht um sehr subtile Bewegungen, wie man den Instrument zu kontrollieren. Sie brauchen unglaublich kontrolliert. Es muss ein schwieriges Problem sein, zu measureieren. Die Technik der Motion Capture allows für diese Position, weil es kann ein submillimeter measureieren, und es kann sehr schnell sein, also. Ich kann usually 250 Frames per Sekunde. Was lernen Sie über ein Violinist? Ja, so, you can really study the Technik in detail, so you really see how people interact with the Instrument. Das ist, für mich, the main part, was I'm looking for. So, to relate the acoustics of the Instrument to the actual movements of the persons, because they have to be connected. And what do you do with this information, once you have it? You can recognise principles of how people play, so basic playing techniques become very obvious, and you get them very nicely quantitative in your computer, so you can actually get much more information than just from the video screen. Does it help in a pedagogical way? Does it help people to teach the violin, if they see what great violinists do with their bowing arm? Yeah, that's one of the main goals for me, actually, to do this research, is to give teachers information which is new for them, at this level of detail. Have you tested any other instruments? Yes, I also worked with this technique with other people, for drummers, for example. We did some experiments with the snare drum, where I also helped the people to develop the measurements for that. So it's a very general technique which you can apply to any kind of instrument playing. Homeplay is a little bit difficult, though. It's difficult, yeah. Therefore you have other techniques, as you know already. Yeah, I'm about to go and find out. Thanks, Owen, that's fantastic. Let me see a little bit more of your video. . I'm a musicist-canin. I'm going to go into the MRT-Rohre, so that the scientists can see in my body, to see exactly what happens when I play the horn. I don't like that, but it's all for a good reason, what you do for Sarah's music. Dr. Jens Fram, thank you for coming today. I had a bit of problems with the names of the institute's names. It was very complicated. Gibt es vielleicht eine kurze Variante? Yes, that's it. We are here in the MRT Labor. MRT is Magnetresonanz-Tomography. And it's all in the Max-Planck Institute for Biophysical Chemie in Göttingen. Also, wir befassen uns mit der Biologie, mit der Physik, mit der Chemie, um Lebensprozesse aufzuerklären. Und dabei hat dieses bildgebende Verfahren MRT eine wichtige Rolle. Was ist denn eigentlich in MRT für die Leute, die noch nicht in dieser Röhre waren? Im Gegensatz zu den Röntgenverfahren benutzt es keine Röntgenstrahlen, keine Radioaktivität. Und deswegen sehen wir auch nicht die Knochen, sondern wir sehen im Körper die weichen Gewebe. Das ist besonders gut für ein Hornes. Wir haben ja einige weiche Gewebe hier oben. Wir sehen unsere Wangen, wir sehen die Lippen, wir sehen vor allem die Zunge. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, Musikern zu untersuchen? Also, was wir hier machen im Augenblick, ist weltweit einzigartig, weil wir ein Verfahren entwickelt haben, das ausreichend schnell ist, um diese Zungenbewegungen zu untersuchen. Wenn man genau hinschaut, ist die Zunge sogar der schnellste Muskel in unserem Körper. Wirklich? Wir haben Geschwindigkeiten von 25, 30, 35 cm pro Sekunde für die Zungenspitze schon beobachtet. Musik Ist das zu machen, mich noch mehr frustriert? Musik Peter Iltis ist der Grund, warum ich hier bin. Er ist Professor von Kinesiologie an Gordon College in Massachusetts und auch ein Hornplayer, das bedeutet, er kann jetzt in Hornplayer's erklären erklären, was genau ein Professor von Kinesiologie ist. Ja, das nicht viele Leute wissen. Und, basically, Kinesiologie ist die Studie von Human Movement. Wir sind interessiert in wie ein Movement ist produziert und was es produziert. Und in Musik, wir performen, wie es produziert. Das ist die Frage, ich würde sagen, es ist sehr schwer zu finden, dass es etwas zu finden, was man nicht sagen kann, dass es um Human Movement zu tun. So, wie die Bewegungen, die wir produzieren, können wir machen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das ist warum Sie mich zu kommen. Sie werden mich in eine Tübe und machen mich ein Horn, das Horn, das sieht sehr anders aus, zu meinem normalen Horn, weil keine Metall ist in den MRI. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist eine sehr speziell-designed Bell, das hat eine sehr hohe Proportionen von Copper und Zink. Und es ist non-ferromagnetisch, so es geht nicht von den großen Magneten. Otherwise, wenn es in den Metall ist, würde es flogen in den... Okay, ein Trouble. So, wenn wir die Horn haben, es hat die Metall attachments, aber es würde auch Probleme geben. Oh! Okay. Und dann, das ist outside, und das ist inside, und ich werde es auf meinem Back spielen. Wie haben Sie diese Idee, zu testen Hornplayern? Well, Testing Hornplayers in general has always been something I've been interested in. I have developed a disorder called embouchure dystonia, where the muscles that control the embouchure have been affected. And my goal was to learn as much as I could about that in studying the disorder dystonia. But in order to do that, we have to decide what is optimal. And so, the idea of testing elite hornplayers was born so that we could have something to compare to, a benchmark example that we could compare to. Can you use this information for other things? And I think that's very important in teaching, in pedagogy. We have a lot of things as teachers that we tell students that we do or that they should do, and actually, without really knowing what those things are, we may not be saying exactly what happens. And so, if we can learn things from these films that will help us in our teaching to better illuminate the kinds of things that we do, what we want them to do, that's helpful to them. And it may actually provide them with more efficient ways of doing things as well. Good morning, Sarah. Thank you. I think I'll take the horn for a moment and let you on. Hey, and Noah, I'm going to show you the catapult, which you have to play through. Just try it. And how am I supposed to play through that? For the Test-Reihe I have to play for about one hour in the Röhre and there are special out-of-the-one songs to play. Bye-bye. Are you ready? Say yes. And we'll start. Very good. So in a moment, it will all synchronize and you'll see the big breath going in at the same time simultaneously. Okay. The tongue is huge. It is. It takes up a lot of space. Diaphragm will rise, the liver will rise in this case. Why is my tongue so far back? You're retracting it. That's just how you're getting your sound. So I'm playing. Pulsations with the note change and as you go higher and higher this area becomes smaller and smaller. So you're actually forming a channel with your tongue, the sides of your tongue, on the palate, and then the roof of your mouth. That's my tongue. Behind the eyes. And on the low notes, there's a big orifice there. as you get higher. You have the eyes, you have eye muscles actually. No, the eye muscles are not that okay. Yeah, part of the nose, and below we have the tongue. And the upper. See the volume gets smaller. Would you never have had any idea that happened inside your mouth? Good. When you get to the top notes, this opening is getting much smaller. you're actually channeling the air through a smaller airway. It's going much faster and that's helping you to play the notes higher. On the lower notes, it's a very wide open area. It's scary. Yes. Das war's für heute. Das war ein toller Tag und ich bin gespannt, was die Forschung uns Musikern als nächstes zeigen wird. Bis zum nächsten Mal bei Sarah's Music. Tschüss. Tschüss. Take Vors 실패 von heavens öf, und and einen gub啦 ja oder So, wer macht heute die Hornschalen? Na, wer wohl?